Hier sind die grossen Schiffe, gefangene Schiffe, weggefahren nach Australien, weil das war die Strafe von den Engländern, wenn die Ehren nicht brav waren, was meistens der Fall war. Das war eine Geschichte über diese Mordsreise, hat monatelang gedauert und da waren viele Gefangene und viele sind natürlich unterwegs gestorben. I wish I was back home in Derry. The chorus, very easy. Oh, 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 oh. I wish I was back home in Derry. You might like to try it. It goes. Oh, 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 oh. I wish I was back home in Derry. Weiss, das ist ja, Frust. Aber weiss. Oh, in Eringo 3, we seldom to see. Out from the sweet on the Derry. Weiss, das ist ja, Frust. 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 Weiss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020